Die Mitglieder der Friseuter Gilde haben am Montag ihr Schützenfest gefeiert. Am Nachmittag säumten viele Menschen beim großen Festumzug die Straßen der Friseuter Innenstadt. Insgesamt nahmen 520 Schützen aus vier Kompanien teil. Doch nicht nur das starke Geschlecht geriet ins Wanken. Am Vormittag konnten die Damen und zwar jung und reif beim Frauenfrühschoppen ungestört schunkeln. Denn die Männer waren zu diesem Zeitpunkt beim traditionellen Freibier-Ausschank die wohl sicherste Methode der Welt, um wirklich ungestört zu bleiben.